Das Thema der Woche. Wer kennt es nicht? Der Winter naht und damit auch die Anfälligkeit für Erkältungen und grippale Infekte. Aber wie schützt man sich am besten? Mit Zellimuferin hat Adler Pharma ein Schüsseler Komplex Arzneimittel auf den Markt gebracht, das die Abwehrkräfte auf natürliche Art stärkt. Dazu haben wir mit Frau Mag. Susanna Niedern-Feichtinger, Geschäftsführerin von Adler Pharma, gesprochen. Was genau ist Zellimuferin? Es sind sechs Schüsselersalze in einer Tablette. Das Schüsseler Komplexmittel ist eine wunderbare Möglichkeit. Sich im Herbst bereits damit zu versorgen, um die Abwehrkräfte zu stärken, Abwehrkräfte aufzubauen. Und wenn man dieses Mittel über den ganzen Winter hindurch einnimmt, dann minimieren sich die Wahrscheinlichkeiten, dass man an Grippe erkrankt oder dass man einen grippalen Infekt einfängt. Und wo ist Zellimuferin erhältlich? Dieses Zellimuferin ist ein homeopathisches Arzneimittel und ist in jeder Apotheke erhältlich. Mehr Informationen finden Sie unter adler-pharma.at Das Thema der Woche. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker.